Stehen bleiben. Sie betreten das Gelände der Polizei. Bitte geben Sie alle Waffen ab. Sie haben 20 Sekunden dafür. Das ist ein direkter Verstoß gegen das Strafgesetz 114 Absatz 3. Ich bin berechtigt, körperliche Gewalt anzuwenden. Sie haben noch 10 Sekunden, um aufzugeben. Ihr habt 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden. Ihr habt eine Sekunde, um aufzugeben. Ihr habt eine Sekunde, um aufzugeben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.